Ich brauche das. Ich kann ohne meine Kunst nicht leben. Die Bilder, alles was in meinem Atelier, alle Bilder von mir sind meine Säle, sind ein Teil von mir. Mein Name ist Carlos Perez. Mein Name Mein Name ist Carlos Perez. Mein Name ist aus Guatemala. Jetzt ist es mir, mein Atelier. Lack, Öl, Acryllack, Ölkreide, alles was da zu sehen ist, kommen einfach auf die Leinwand wieder mal drauf. Ein guter Freund von mir ist gekommen und sie hat mich gefragt, ob ich in einem Konzept, in einer Idee mitarbeiten will. Dann dachte ich, ja, kann ich mich auf jeden Fall etwas überlegen. El espacio de los venados, das klingt sehr gut auf Spanisch eigentlich, diesen Kirchenplatz. Also die Idee war, eine Art Dschungel zu bauen, in einem Innenraum, ja. Also ich denke schon, dass die Leute sich wohlfühlen, oder? Also wenn ich die Tour, wo ich meine Tour auch mache und gleich so etwas Lebendiges, Bunte sehe, habe ich sicher eine große Lache in meinem Gesicht. Ja. Meine Familie ist meine Inspiration und meine Kunst. Und deswegen kann ich am Ende nicht sagen, dass es ein privates Lernen gibt, weil da, die kommen immer in meine Villa wieder drauf. Aus dieser ganzen Situation ist diese Zeitungen gestanden, wo viele verschiedene Motive zu sehen sind. In einer von denen ist mein Kind als Supermann, als Superheld. Das merkte ich gern. Und deswegen ist auch in diesem Willen gestanden dann auch irgendwie da. Also ich würde schon sagen, meine Arbeit ist sehr vielfältig, weil das ist so wie jeden Tag aufstehen. Also man sieht jeden Tag irgendwie etwas Neues. Und für mich ist auch immer wichtig, dass meine Arbeit nicht schläft. Also dass immer wieder etwas passiert auch, dass ich jeden Tag etwas Neues machen kann. Das freu ich mich. Meine Bilder sind wie ein Spiegel auch, wo ich mich wieder sehen kann. Wie ein Fenster in einer anderen Dimension sozusagen. Deine Deine